Ich bin die verrückte Ente, wir sind zurück zum neuen Let's Play mit Farming City, ich musste kurz nachdenken und ich bin schon sehr viel weiter gekommen und ich werde euch heute einfach oder jetzt einfach zeigen, was es hier alles gibt, wie das funktioniert, weil ich denke die meisten werden noch nicht so schnell, also die die mit mir angefangen haben sind wahrscheinlich noch nicht so weit. Gemeinschaft, gucken wir erstmal Gemeinschaft, wer uns beitreten will, wir heißen einfach nur Enten, wir sind jetzt hier zu Fürth, aha, die Niki ist eben noch dazu gekommen, okay, mal gucken hier, genau, die Niki ist dazu gekommen, so und sobald ihr in einer Gemeinschaft seid, könnt ihr an der Regatta teilen. Mein Gott, ähm, Entschuldigung, an der Regatta teilnehmen, ich habe jetzt schon zwei, kann man das jetzt sehen, wo kann ich denn sehen, wie viel, wo kann ich denn sehen, wie viele Aufgaben ich gemacht habe? Nö, kann ich ja irgendwie nicht sehen, das ist aber, ah, hier, oh, das habe ich auch noch nicht gesehen, hier kann man gucken, was man sich für die Punkte holen kann, hier sind gar keine Dekos bei, oh, aber hier ist richtig viel, also hier kann man ja, junge, 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 krass, hier ist sogar eine Erweiterungskarte, das ist, äh, wow, hier ist sogar eine Karte für Scheunenerweiterung, okay, das ist krass, das ist richtig krass, das finde ich, das finde ich richtig cool und ich habe so wenig Punkte erst, wie viele Punkte habe ich? 15? Ich habe erst 15 Punkte, ja, gut, ähm, ich habe jetzt, ich nehme immer die Aufgabe an, weil viel mehr kann man noch nicht machen, wenn man so ein kleines Level hat, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel das nehmen würde, zwölfmal, das dauert so lange, oder sechsmal Schiffe, ich habe ja erst zwei, das dauert auch dann richtig lange, deswegen habe ich das gar nicht erst genommen, ne, Schiffe ist ganz normal, wie Züge, ja, also Schiffe sind eigentlich wie Züge bei Township, so, so, guck mal, ich habe alles, ich habe alles, ich habe schon wieder Schnupfen, Husten, ich habe immer alles, so, hier kann ich auch wieder eine Aufgabe schicken, so, ähm, ja, dann habt ihr den Markt, der Markt ist eigentlich auch exakt gleich, ne, also der ist genau so, ja, es ist total, die Übersetzung ist ja teilweise echt komisch, ey, ich sag euch, die haben das ganz schlecht übersetzt, Flugzeug, na, es kostet jetzt neun, komm, ich hole es mal, weil ich es euch zeigen will, das ist quasi auch genau wie das Flugzeug, ähm, ja, wie das andere Flugzeug, nur, dass man hier die Reihen nicht vollkriegen muss, sondern, es ist ganz egal, was man vollmacht, ihr seht, zwei, vier und sechs, also man muss nicht eine Reihe um eine Kiste, sondern es reicht, zwei Dinger vollzumachen, und das, äh, finde ich eigentlich richtig cool, also das finde ich wirklich cool, jetzt muss ich mal gucken, äh, das habe ich alles nicht, ähm, 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 das, so, elf Stück, so, dann können wir das wenigstens direkt öffnen, und das schicken wir auch weg, so habe ich eben, ich musste ja, äh, die Gemeinschaft bezahlen, 1000 Münzen hat das gekostet, und so habe ich eben mein Geld gemacht, das war ganz gut, guck mal, hier unten steht auch, es ist wirklich total komisch, holen sie sich, jetzt, ach, T-Cash, es ist so komisch, irgendwie, ankommen, vor Minute, also manche Sachen, ich finde, ich finde, das ist irgendwie komisch übersetzt, ne, kann sein, dass ich das so, empfinde, oder, weiß ich nicht, was sagt ihr denn, also irgendwie ist es, ein bisschen merk, ah, genau, das wollte ich gucken, ich habe hier so Kisten, und die kann man wohl öffnen, ich weiß nicht mehr genau, woher ich die herbekommen habe, ach, ich kann mir hier, kann ich aussuchen, was ich habe, ne, ich will wieder raus, weil ich weiß nicht, was ich brauche, Mist, ich will nochmal gucken, ja, was mache ich denn jetzt, ich mache jetzt das hier, ja, da hätte ich gerne nochmal geguckt, weil, ah, gut, ich habe genau das Richtige genommen, aktualisieren, ja, cool, das ist dann sowas wie ein Joker, kann man sagen, also hier zum Beispiel, fehlt jetzt eine Farbrolle, und jetzt gehe ich einfach da drauf, zack, zack, wähle die Farbrolle aus, beanspruchen, das ist wie ein Joker, ey, das ist ja cool, also das ist wirklich sehr cool, so, was haben wir noch, was ist das ja eigentlich, ach so, das ist, genau, das ist das, dann habe ich hier, ein bisschen weiter gespielt, da bin ich mittlerweile, ja, gut, so weit bin ich gar nicht gekommen, ach, da sind auch wieder zwei Kisten, und zwei goldene Kisten, okay, ja, das ist cool, also das ist so Joker mäßig, finde ich, ziemlich gut, dann habe ich jetzt schon zwei Kuh, 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 Kuhstelle, ähm, hatte ich nicht auch eine zweite Futtermühle, Moment mal, ach ne, ach so, naja, deswegen, ich muss jetzt erst mal Häuser bauen, so, damit ich diese Futtermühle bauen kann, so, einfach mal hier, okay, geht nicht mehr, so, also, ich muss sagen, mir gefällt das Spiel gut, natürlich nur, wenn es dann auch andere Events gibt, aber wie gesagt, ich habe auch schon gesehen, dass es andere Events gibt, wenn es jetzt immer nur auch hier dasselbe Event geben würde, dann würde es, ja, nicht gut finden, aber weil hier Abwechslung ist, ist das Ganze gut, und es ist ja wirklich exakt gleich, ne, warum kann ich da, da kann man nicht hin, ah, okay, geht jetzt nicht mehr weiter, einsammeln, also ich habe heute richtig Power gelevelt, kann man sagen, weil ich auf der Arbeit nichts zu tun hatte, hier habe ich einfach während der Arbeit gespielt, so, das kann weg, Eier, habe ich, sehr gut, kann man auch wegschicken, jetzt habe ich sieben von neun, müssen wir die Aufgabe schaffen, so, hier habe ich auch wieder was geschafft, sehr gut, hier diesen Mörtel, keine Ahnung, wofür der ist, und das großzügiger Markt, glaube ich, ne, ja, ich glaube, das ist ein großzügiger Markt, müssen wir mal gucken jetzt, ob das jetzt schon ist, äh, da ist es, da ist es, äh, Gold, ne, da auch, ja, aber, ist das jetzt billiger, oder sind mehr, Sachen, keine Ahnung, das, weiß ich jetzt nicht, drei, nochmal drei Brote, können wir direkt wieder hier das ernten, also Maschinen immer laufen lassen, ihr wisst ja, damit levelt ihr, ne, also, einfach immer, immer, immer produzieren, nur so, kann man, gut, leveln, so, Junge, 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 die dauern bestimmt richtig lang, ne, zwei Stunden, ja, na gut, die teuren Sachen, die dauern halt lang, zweimal Milch, jetzt habe ich keine Milch mehr, oder was, doch, wollte ich schon sagen, so, jetzt habe ich acht von neun, komm, eins noch, eins muss ich noch machen, oh nein, ich habe ja schon da Mais, egal, oh nee, das, das habe ich nicht, oh, und das ist Mais, nee, das könnte ich haben, ja, das habe ich, das, das können wir direkt, und jetzt habe ich nämlich die Aufgabe fertig, und ich muss sagen, ich habe so einen Verdacht, oh ja, ich glaube tatsächlich, das wäre ein Nachteil, muss ich sagen, das wäre ein Nachteil, also ein Negativbeispiel jetzt, und zwar, kann man die Aufgaben nicht löschen, das heißt, wenn einer nur das machen will, oh, 27, so viele schaffe ich nicht, oh, das schaffe ich auch nicht, das schaffe ich, ähm, dann hat man ein Problem, dann kann kein anderer das annehmen, also das ist, ähm, negativ, ich hoffe, es gibt verschiedene Rennen, weil, was ich auch gemerkt habe, man kann nicht, ähm, Mitglieder, also so zum Vize und sowas machen, das geht auch nicht, ja, okay, ich meine, einerseits ist es auch okay, ne, das, das gibt eh immer nur Stress, und dann sagt der eine, oh, warum bin ich immer noch, äh, Mitglied und nicht Ältester, ja, kennt das ja, also das ist ja, ähm, gut, dann holen wir, uns mal drei Ballons, so, ja, wäre schön, wenn wir ein paar Teacash wieder kriegen, oh nein, nicht so Schrott, bitte auch was cooles, oh man, oh, 1800 Münzen, das war gut, ja, aber 10 Teacash wären besser gewesen, weil, ja, das hat jetzt natürlich Geld gekostet, 32 Punkte habe ich jetzt erst, oh man, ja, dann gibt es ja auch immer nur so tiefe Punkte, jetzt ist natürlich die Frage, haben meine Gemeinschaftsmitglieder dieselben Karten, ja, da muss ich warten, bis die Elke mal, ähm, ja, in der Gemeinschaft ist, damit die mir das sagen kann, weil das wäre natürlich interessant, zu wissen, ja, das, äh, wäre interessant, und die kann mir das direkt sagen, die kann mir ein Screenshot schicken, über WhatsApp, so, das kann man löschen, ja, so viel dazu, ähm, was habe ich noch, übrigens, ich habe gleich ein Level Up schon wieder, äh, ich habe gleich einfach schon wieder ein Level Up, es darf nicht wahr sein, das geht hier so schnell, es geht wirklich ratzifatzi, ich bin gerade am überlegen, was ich machen kann, damit ich das Level Up hinkriege, ja, ja, aber irgendwie, ja, gut, das geht ja ein paar Sekunden, wartet mal, gucken mal eben, ähm, äh, die brauchen auch so lange, diese Schafe, das ist ein bisschen, die brauchen zu lange, ne, übrigens, das Labor, könnte ich schon bauen, aber ich spare das Geld, weil, das Labor, ich habe eh noch nicht so viele Diamanten, deswegen brauche ich das gar nicht erst, ähm, bauen, ne, das habe ich, glaube ich, bei Township auch so gemacht, das habe ich relativ spät gebaut, weil, ja, wenn ich keine Diamanten habe, brauche ich auch nicht das Labor, deswegen lasse ich das jetzt erstmal, und gebe das Geld für, äh, wichtigere Sachen aus, ja, ja, gut, geht ja gerade nicht, aber, sonst ist das Geld nämlich ein Problem, so, oh, 82 Punkte nur, ja, so kriege ich Level Up nicht hin, und das nächste, ja, super, na super, äh, Zucker und, Zucker habe ich, ja, Sahne natürlich nicht, so ein Mist, ja, was mache ich jetzt, ich brauche gar nicht anfragen, ich denke nicht, dass da einer jetzt, ähm, das geben kann, äh, ich vermute nicht, drei Stunden, drei Stunden, äh, steht die Anfrage jetzt, drei Stunden da, oder kann ich in drei Stunden, wieder neu, na, das würde ich auch ganz gerne wissen, das wäre, interessant, ja, muss ich hier noch so ein bisschen, durch, vorstönen, guck mal, ach komm, ich brauche die Punkte, oh nein, ich habe die Sachen nicht, das gibt 121, ja, dann machen wir, ich habe nur eins, und es hat noch nicht mal gereicht, das ist natürlich jetzt ein Problem, so, 150 Punkte, nein, ja, das Level schaffe ich jetzt nicht mehr, guck mal, Belastung, statt beladen, steht da Belastung, ist auch ein bisschen, oh, ich habe ein Geschenk bekommen, Dankeschön, auch von wem, das steht da nicht, das ist aber auch doof, wenn das da nicht steht, dann, ja, das ist doof, würde ich schon ganz gerne wissen, boah, ich mache das jetzt für euch, weil ich jetzt hier noch das Level Up hinkriegen will, nein, 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 oh man, oh, das habe ich, jetzt kommt das Level Up, nein, nein, wie viel fehlt denn da noch, ey, das ist doch ein Witz, oh man, das ist wirklich ein Witz, also wirklich, hm, hm, immer noch nicht, ja, ähm, wo kann ich jetzt noch Punkte kriegen, halt, den Käse einsammeln, 11 Punkte, nein, so, mal gucken, wie viel noch, das darf nicht wahr sein, noch, so, so, wenig Punkte, das ist, das ist wirklich, wenn ich den Weizen jetzt abernte, dann, dann müsste ich, äh, die Punkte haben, dann habe ich das Level Up, ja, ja, das ist schon verrückt, übrigens, äh, bin ich nicht mehr, die Niki ist auch, Level 20, guck mal, mal eben rein, ist auch einfach schon Level 20, und ich habe das Gefühl, bei allen, sehen, jetzt schon die Städte schöner aus, als bei mir, guck mal, der hat den Strand hier, habe ich den auch so, habe ich das so, weiß ich gar nicht, ich habe das Gefühl, das ist hier schon schöner, gucken wir mal, so, nee, oder, ja, doch, ja, aber ich habe alle Häuser, und alles, ich habe alles hingestellt, ich habe da, ja, ich habe das nicht schön gemacht, ich habe einfach, ich wollte es einfach stehen haben, fertig, so, Level 1, und nicht Level 20, Level 21, ich habe mich vertan, ja, krass, okay, keine Fabrik, aber neue Produkte, doch, hier ist eine Fabrik, Eisfabrik, ja, toll, kann ich ja nicht aufbauen, oder, nee, kann, kann ich nicht, warte mal, ich muss jetzt erstmal, das stelle ich da hin, weil wenn jetzt die nächste Fabrik wieder, ja, kann ich nicht aufbauen, weil, man braucht dafür, mehr Einwohner, und mehr Einwohner, dafür brauche ich mehr, oh, der, der muss ja hier hin, ausgerechnet, da passt er nicht hin, da auch nicht, da auch nicht, kann ich den hier gar nicht hinstellen, muss der ins Wasser, nee, man kann hier gar nicht hinstellen, gar nichts, nirgendwo, was ist denn das, nö, das, damit bin ich aber nicht einverstanden, da erst, ey, das finde ich aber, das, finde ich jetzt aber richtig doof, das wusste ich nicht, warte mal, es kann nicht verschoben werden, oh, okay, jetzt habe ich noch was gefunden, was ich nicht gut finde, das geht echt nicht, ja, nee, nö, das finde ich, das finde ich doof, das schränkt einen so ein bisschen ja ein, ne, oh nein, ich vermute was, wartet mal, ähm, ah, das ist ja hier anders, Moment, hier oben ist der Baumodus, ah doch, das geht, ja, ja, das geht, das, das kann man schon machen, okay, ähm, Bereich nicht, ja, aber, der ist nicht abgesteckt, das ist doof, das ist doof, dass man da vorne nichts machen kann, finde ich wirklich uncool, ja, das finde ich uncool, gucken wir mal weiter, okay, 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 mhm, das kann man alles bauen, ja, 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 aber das ist schon doof, da hinten, also das, das, äh, finde ich ein bisschen schade, muss ich gestehen, ab Level 29, okay, gut, damit bin ich dann für heute raus, 24 Minuten ist mehr wie genug, und ich warte jetzt schon nur noch auf die Kommentare, wann ja wieder Township kommt, hm, 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 kommt bestimmt irgendwann in der Kommentar, und wir sehen uns dann morgen, macht's gut, tschö mit Öl, tschö mit Öl,